happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele mal wieder free fire max und zwar wie immer battle royale und danach eine runde cs viel spaß gut dann starten wir mit battle royale erst mal hier so in flieger das ist übrigens mein neuer charakter den ich mir geholt habe mit dem charakter habe ich zwar schon mal gespielt aber jetzt habe ich den für 1000 gold freigeschaltet dann werden wir mal da hinten abspringen wieder zum blauen bereich alle charakter den ich jetzt habe hier der ist glaube ich schlecht weil der charakter macht ja pro kill extra gold aber was soll ich mit gold bei cs haben als cs bei war ja doch cs kriegt mir ja nichts schon der erste kill ok ich höre hier ein ich 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 nicht ich 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 Das hat um eine Mine gelegt. Ich habe keine gute Nahkampfwaffe. G36. 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 Scharfschützengewehr. G36. 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 G37. G36. G36. Nein! Okay doch. Passt. Leider nicht alles gekriegt, was ich haben wollte. Aber was soll's. Vielleicht finde ich es ja hier. Oh, oh. Oh, okay. Okay. Da ist endlich ein großer Rucksack. Nehmen wir erst mal das Geld hier mit. Schnappen wir uns den Pilz. Hmm. Zum Glockenturm weiter rein. Hmm. Hmm. es sind noch neun spieler da ich habe noch nicht ein kill naja ich brauche auch eigentlich nur den letzten kill so 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 Okay. Noch 5 Spieler Dahinten ist einer 4 Spieler Zumindest war da einer rumgehüpft Das habe ich gesehen Aber ich sehe ihn nicht mehr Hmm Oh, ich war zu zweit Oh, ich sehe ihn nicht mehr Oh, ich sehe ihn nicht Oh, ich sehe ihn nicht mehr Oh, ich sehe ihn nicht mehr Das ist noch ein bisschen nahe gemacht Ich wollte doch lieber fahren Naja, egal Zweiter Platz Gut, dann gehe ich mal weiter zur nächsten Runde Viel Spaß Und die zweite Runde geht los Wie gesagt, der Charakter bei CS Hm Keine Ahnung Ob das so gut ist Was ist das so gut? So jetzt fahr'n, neue Waffe gestappt, einmal rumlaufen. Ob, schießt die auf mich? Oh, das war der beste Spieler-Card. Thomas, Thomas und der hat eine M60. Na los, komm. Was habe ich jetzt hier? Ja, hier rein. Warte, noch einen Pilz schnell kaufen. Okay. Woah. Okay. Come on, baby. Okay, hey, hey! First flight. Okay, okay. See you? Here we go. Okay, hey. äh was sind denn die? hinter mir nicht schlecht jetzt sieht es natürlich doof aus jetzt müssen wir uns wieder neu ausrüsten double kill ok schnell wieder alles aufwerten hier hier gibt es ressourcen hier gibt es ressourcen hier 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 da hinten ist er im haus und der andere ist da im haus scheint auf dem dach zu sein ach schon baum vielleicht hat er nicht viel gemacht naja ok das geht gut dann alles was mit dieser runde oh ich war nicht der beste spieler hey ich habe am meisten Scharen gemacht aber er hat ein kill mehr oh der war gut ok gut dann war es das für heute ich sage dankeschön fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr auch nächstes dabei seid bis dann habe ich euch viel spaß und hoffe wiedersehen tschüss bis dann ab bis dann Untertitelung des ZDF, 2020